Moin, Herr Wolfgang hier aus St. Peter-Ording vom schönsten Nordeuropas mit spielwarem Mundengind. Wir haben ein neues Solidärspiel, Inselflucht heißt es, von Smart Games ist es und so funktioniert es. Inselflucht als Solidärspiel mit 60 Aufgaben bestückt in 5 verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Die Aufgaben werden langsam anspruchsvoller. Wir haben hier Ausgangssituationen, das heißt ich habe immer einen Startpunkt, das ist der kleine blaue Turm, der wird auf dem Spielbrett so positioniert, wie es hier vorne angegeben ist. Achtung, der Ausgang des Spielfeldes, hier vorne, die kleine blaue Treppe, muss sich immer unten rechts befinden. Jetzt wird der Turm so positioniert, dass er entsprechende Aufgabenstellung steht. Der lilane und der gelbe Stein, der lilane und der gelbe Stein spielen bei dieser Aufgabe noch eine Rolle, die anderen drei kommen später. Setze diese beiden Steine jetzt so auf das Spielfeld, dass wenn man hier vorne aus dem Turm herauskommt und die Treppe herunter kommt oder auch nicht später, muss man vielleicht gar nicht runter, sondern erst auch, auf jeden Fall über die Bausteine zum Ausgang gelangt. Wenn ich mir jetzt folgenden Weg nehme, ich lege den gelben Stein hier hin und setze diesen Stein dorthin, dann nehme ich folgenden Weg. Ich komme aus dem Turm, laufe die Treppe herunter, laufe diese Treppe herunter, komme hier vorne durch dieses kleinen Tor hindurch, gelange zur Treppe und letztendlich aus dem Spiel heraus. Lösung Nummer 1. Alles weitere werde ich hier natürlich nicht spoilern, aber ich verspreche euch, große wie kleine Kinder sind bei diesen 60 Aufgaben wirklich gefordert. Ganz tolle Sache, ihr könnt es selbstverständlich bei uns in St. Peter-Ording ausprobieren.